So Leute, herzlich willkommen zurück hier auf dem Bigland Channel. Mein Name ist Max bzw. Charlie und das hier ist eine neue Staffel Living Big, ein neues Team, neue Staffel, neue Blast Fall Groups und hinter mir seht ihr auch schon das Ziel der ersten paar Folgen und zwar das Erreichen der Blast Fall Finals. Der erste Gegner wird auf jeden Fall ein richtiger Brocken und zwar Heroic, Top 1 gerade der Welt, historisch gesehen immer ein schlechter Gegner für uns gewesen. Wir begegnen ihm aber auch wirklich in jedem Turnierformat, was wir überhaupt spielen. Machste nichts, musst auch mal besiegen, hat ja in Rio zum Beispiel auch ziemlich gut geklappt. Und ja, ich hoffe ihr seid alle ziemlich gespannt auf das neue Team. Wenn euch diese Folgen von Living Big gefallen, dann lasst unbedingt eine Bewertung auf diesem Video da und kommentiert vielleicht mit dem Hashtag Go Big oder irgendwas anderes. Kommentiert auf jeden Fall irgendwas, freut mich auf jeden Fall immer sehr eure Kommentare zu lesen. Und ja, heute ist Media Day, schauen wir mal was die Jungs heute so machen und gehen wir mal rein. Ich erinnere mich, als wir gerade ein OG Line-Up haben, da war diese Idee von drei Ideen in der Team. In jedem Turnier, für drei Jahre, hatten wir die gleiche Frage. Also, ihr habt auch zu viele Kürze in der Küche. Wie fühlt es sich, wenn es die gleiche Frage ist? Was würdest du mögen, wenn es so älter oder älter? Ja, es wird so sein. Ja, genau. Ja, das war so smart. Und das ist die erste Sache, die ich möchte euch machen. Tits oder abs? Ich werde nicht sagen, dass. Tass oder Pasha Bicep? Tass. Actually, Pasha. Tass, weil ich auf TeamSpeak mit ihm. Recently. So, er wird mir verletzt. Er wird mir verletzt, wenn ich nicht put Tass. Und, wenn ihr könnt, auf den Couch walk in, ein bisschen Spaß machen. Und, wenn ihr könnt, auf den Couch walk in, ein bisschen Spaß machen. Und, wenn ihr seid. Also, ihr seid Freunde. Also, ihr seid Freunde. Also, ihr seid ein bisschen Spaß. So, ihr seid ein bisschen Spaß. Hey. Yo, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. What's up, man? Hey, Thomas, what's up, man? What's up, man? Hey, how are you? The man from your place. Finally is here. Okay? Come here. Yeah. Come here. Come. Come here. Come here. Come here. Oh, here goes the other chair. No. Say that no. Oh, man. Yeah, yeah. What I'm gonna do is, I'm gonna... Where's my other hand? We don't want to roll it much. Actually, if you can come a bit more that way. Yeah, yeah, yeah. So, we can do more. Let's do a little cheer. Do you want to do something casual? Do you want to do something more fun? More fun. More fun? Okay. You can sit like that and then pop up and start cheering. Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, and do it now. Woo! Let's go! Yeah! Come on! Nice. Gas geben. Nice. All right. Okay, yeah. Let's do it. New experience for me here. Let's go. Oh, what a sexy man. Holy shit. Wow. Yes! Woo! Nice. 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 Like that, like in front of you. Yes! Like that. Exactly. Okay, just keep it going. Oh, yeah. Oh, yeah. Nice. And this is Sin, right? Yeah, exactly. But it's like Sin. Sin, yeah. Maybe it was like... Swan. No, I'm not really. Kind of cool, though. Swan. Swan. You're in Germany? Yeah, exactly. Yeah, exactly. But it's like Sin. Maybe it was like... Swan. No, I'm not really. Kind of cool, though. Swan. Swan. We have a long history in that. It's been a while since we've been to the top. Of this organization, this team has been to the top. I think we found a way to make it work again. And it's definitely not like the tactic we want to outplay the enemy all the time. You have to find different ways. You don't need to be everyone ahead of him. There's other ways to win also. And I think that's what we learned. Everybody's on the same page, laughing with each other. And other than that, I think we have the greatest talents in Germany. Together under the best German player there's been. And with a great additional AWPA, who can be part of the system. Who can also stand out as a lone AWPA. And he brings a different kind of POV to the team. Who's the wildcard on your team? The game-changer? I would say it can be Mantu, for sure. Because he's like... Everything we tell him, he's like... Getting it into him like a sponge, you know? He's like... I don't know the English word, to be honest. But like, he's really... He's really... Learning a lot from our system. And I think it benefits him, to mix it in a style. I didn't know the English word. For... Aufsaugen, soaking in. Oh yeah, sponge, yeah. Yeah, and I said like... You're like a sponge. Yeah, yeah, yeah. You can say that. No, no, you can say it. But this guy just started laughing, man. No, it's good. It's good. Okay, nice, yeah. You know, man, it's so much content. You know, it's so much content. You know, it's so much fun. You have to always try it. Good water. Hoffentlich bist du dann mal leise. Aber das sagst du. Nachdem kommt das tot, Alter. Das gab's am Flughafen. Leises Wasser. Ehrlich? Ja, leise und laut. Nein, Mann. Doch. Weißt du, wo das gab's? Bei uns im Tweet. Big? Ja. Heute war doch... Big hat einen Tweet gemacht. Regeln für das... Public Viewing. Ich guck keinen Loll. Ja, warte, das ist ein Loll. Ja, warte, das ist ein Loll. Warst du nicht Big? Er mag uns nicht. Ich petz das den Fans, Alter. Wow, ich fand ihn der Verkauf. Everybody is on the same page. Love you. Love you each other. 3-0 für mich, ja. Snick, schnuck, schnuck. Snick, schnuck, schnuck. Snick, schnuck, schnuck. Snick, schnuck, schnuck. Snick, schnuck. Snick, schnuck. Snick, schnuck. Snick, schnuck. Okay, warte, warte, ich hab mich auf ihn eigentlich angeschild. Es gibt aber nur zwei Spieler, die genau gleich anfangen. Entweder noch Stein oder Schere. Schere. Weißt, was du anfängst? Ja? Ja, okay, wie? Dann hat das ein Mikro, da oben, ne? Ja. Schere. Schere oder Papier, was denken die? Er ist halt ein Game Club. Er sagt erst mal, dann macht er Stein, dann macht er zweimal Schere und dann macht er einfach Papier. Schere. Ja, Brunnen. Was ist verloren? Brunnen versiegt alles. Schere fällt in Brunnen. Oh mein Gott. MC. Wissen Sie, wo die Teile ist? Voll dein Flammes, Junge. Junge. Voll der Tobi. Max, das geht nicht. Ich hab genug Content gemacht. Täglich gewiss der Content. Die Schleifung. Everybody is on the same page. Hey, I need a good song. Bobby Girl. Ja. Oh, Mariachi. Wer ist noch da? Maria. Denzel? Maria. Ja. Sonst keiner. Der kommt auch nicht. Normal, normal, normal. Was hört Karin, Krimbo Musa? Boah, ich hör eigentlich wieder so gern so Brasilien Funk. Aber ich hör grad, eh, Welcome to Brics. Kennst du? Nee. Hat dich Manto damit angesteckt? Naja. 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 Tja. Naja, ich will das auf und bin hierher. Ich will mich wirklich empfehlen. Die haben leider Inferno gepickt mit dem Bloks, egal. Das ist ein Freiheit Spiel. Die spielen wir genau so, wie wir trainiert haben. Wir gehen bereits auf Watt und du kannst, wie, blablabla, kümmer, Javi, das. Ich öffne die Tür, ein weiterer Nordflash, ein zweites Nordflash, Heavensmoke. Anderrun, push that, nice, and let's go, 3-0 fast, nice. Heavensmoke kommt und dann der GG-Flash muss sein. Hey, Flash in-North. Flash in-North. Boom, und dann wir straffeln und wir killen. Ja, es muss nicht so sein, wenn ich zuerst gehe und ich eine Speed habe, okay? Eine Speed bedeutet, ich muss immer in diese Speed gehen. Nein, ich kann auch so gehen. Warte, ein bisschen zurück. Wenn unsere Coordination ist absolut perfekt, dann gehen wir mit einer Speed auf die Bombside. Aber wenn wir in der Realistik Welt gehen, dann ist es so, ah, ah, ah. Dann bekommst du die Bühne und dann, ah, ah. Wer sind wir? 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 Okay, ja, ja, ja. Geil. Einfach genießen. Nicht so viel im Kopf. Mein halbiges Bruch. Wird es mit meinem Leben verteidigen. Das waren auch paar Nüsse, mein Junge. Wie ist es mit meiner Republik? Ich weiß, wenn er kommt. W ist, ah. Gott, musst du an uns oder? Du musst etwas Nuts. Nein, keine Nuts. Nuts sind immer nur ein. Protein, Bruder! Das ist die Wahrheit! Man, warum hast du einen MANTU mit zwei U? Warum hast du einen MANTU mit zwei U? Dann sind drei. Du hast drei? Du hast einen, wie man. Dann hast du einen. Dann hat Du einen. So, jeden fünf Jahre, du verletzdst einen. So, als ich hörte, dass sie international zu gehen, dann habe ich die Call-Up getroffen. Ich habe mit ihnen gesprochen, um zu verstehen, wie sie arbeiten, wie sie sind. Es ist einfach zu fitter mit den Leuten. Obwohl, die Leute, wie Tapsen, oder der Trainer oder der Trainer, ich weiß sie für lange, lange Zeit. Es ist kein Problem für sie. Van Gogh, die Stairs, die Stairs-Side sind. Ja. He's just set up for the- USP, he needs to- Oh, an ankle! But it's gonna be Tapsen at range. Bring it back to a four and four here. Kee Frank coming in towards the Bank Area. Mantu, challenge for the first time. Rising to the occasion, gets a triple kill on his first round on land here, and that's gonna be enough. Excellent work there. Mantu, big sigh of relief. That's a great showing. 20 seconds. Where's the Bon Plane gonna be coming from? Here we go. There it is, they needed someone to step up here. Es kommt zu den Scrappy-Jewels. Er ist gut, wie wir gesagt haben, Heroic hat die perfekte Setup. Aber Big Hat hat sich die Bombe genommen. Das ist die kille, das wird die Runde entscheiden, wirklich. Grimbo ist zu finden Yabby, auf der Connector zu finden. Das ist ein Problem. Das ist ein Schuss von seiner Seite. Das ist ein Schuss von seiner Seite. Caden? No, er ist nicht. Er ist direkt in der Smoke. Ich denke, er ist für den Right-Side-Walk-Out. Ja, er hat keine Ahnung. Oh! Ja, er schützt sich selbst. Ich dachte, das wäre ein großer Fehler. Das war zwei Wochenende, ja? Elik, du hast eine Interview-Anfrage oder zwei? Ja, das ist es. Das war's. Ich glaube, wir haben versucht, wir haben nicht versucht.